Aus dem Prozess gegen Italiens Ex-Premier Silvio Berlusconi wegen Zeugenbestechung geht hervor, dass der milliardenschwere Medienunternehmer im Zeitraum zwischen 2006 und 2016 4,1 Millionen Euro an Frauen zahlte, die an seinen berüchtigten Partys teilnahmen. Bei dem in Mailand laufenden Verfahren wird der 85-jährige TV-Tycoon beschuldigt, Zeugen bestochen zu haben, die bei dem gegen ihn laufenden Verfahren wegen Amtsmissbrauch aussagen mussten. Die Verteidigung des Mailänder Politikers bestreitet den Vorwurf und hob hervor, dass Berlusconi im Allgemeinen sehr freigebig mit Menschen umgehe. So überwies er 3 Millionen Euro der Krankenschwester, die seine Mutter Rosa bis zu deren Tod behandelt hatte, geht aus dem Prozess hervor. 30.000 Euro zahlte Berlusconi beispielsweise Alberto Torreggiani, Sohn eines 1979 von linksextremistischen Terroristen erschossenen Juweliers. Eine Million Euro spendete der Politiker einem erkrankten Showman seines TV-Senders Kanale Cinque. Auch Belege von Geldüberweisungen an ehrenamtliche Organisationen und politische Institutionen wurden während des Prozesses offengelegt. Eine Sängerin aus Sardinen erklärte, Berlusconi habe ihr 2008 eine Wohnung im historischen Zentrum Roms in einem Wert von rund 1,7 Millionen Euro gekauft. Berlusconi muss sich in den Prozess wegen Korruption und Zeugenbestechung im Zusammenhang mit seinen Bunga-Bunga-Partys mit jungen Frauen verantworten. Schon vor Jahren wurde Berlusconi in einem ersten sogenannten Ruby-Prozess wegen Amtsmissbrauchs und Förderung von Prostitution Minderjähriger angeklagt und aus Mangel an Beweisen am Ende freigesprochen. Neben ihm müssen sich nun weitere Angeklagte dafür beantworten, damals falsch ausgesagt zu haben.